Und zurück zu The Last Guardian. Unser Tirico ist hier hinten eingesperrt. Für die, die sie noch nicht gesehen haben, hier, das Tor ist hier runtergegangen. Und ich muss anscheinend den Schalter hier wieder hochdrücken, damit das Tor wieder hochgeht. Jedenfalls kann er mir jetzt gerade nicht helfen und ich muss jetzt ein bisschen alleine da rum suchen. Ich hoffe, dass nicht so viele Gegner kommen. Wenn Gegner kommen, werde ich die auf jeden Fall hierher locken. Das ist, glaube ich, meine einzige Chance, was ich habe. Was ist das hier? What? Ah, okay. Ich denke mal, der wird sofort aufwachen, wenn ich den Hebel hier betätige. Ich habe schon gedacht. Oh! Tirico! Mach den Daumen, Mensch! Alles klar. Dankeschön. Oh Gott, es sind noch mehr. Oh Tirico. Kannst du deinen Schwanz noch nicht rausziehen, irgendwie? Okay, dann hol ich mal die zwei. Jatja! Mach, komm, baby! Okay Okay, einer ist auf da Ok, wir wollen mal schauen, ob die irgendwelche Spere drin hat. Oh, ok, komm mal hoch. Oh, ich will euch nur helfen. Oh, die Zeit. Oh, ich will euch diesen Trick sowie vom Dorben. Du dich, nicht der Ende ist aber nichtoki. Där attorney ihren Fortschern. Den Fernseher schönen! okay wenn man schon mal irgendwo ein speer drin ist dann kochen bisschen streicheln ok so haben wir den nächsten gegner macht dich schon mal bereit da ist nämlich ein mega boss drin oder was das ist ich hoffe mal nicht dass das scheiß tor jetzt hier runter geht wenn ich da rein renne wenn ich hab's hier forschen weitergeht da sind ich gehe erstmal hier hoch man ist hier nicht irgendwelche wachen drinstehen so wer kann man da hinten ums eck rum und dann können wir vielleicht sogar wieder befreien wenn ich irgendwelche wachen stehen heißt ok ich hab gut aus ich gehe doch mit deinem schwanz da raus was ist der da los so ok das muss es gewesen sein komm her mein baby komm zu papa komm her ok sehr gut sie mag er gar nicht ruhig ok sie wieder beruhigt soo da hinten denke ich mal da oben ist der schalter oben ist der schalter oben ist der schalter jemand da hinten hinkommen nicht da hier selber hinrennen da will ich hoch da will ich hoch hoch Mann. Also, das nervt ein bisschen. Das war ich schon zum fünften Mal. Ich muss den Willi da komplett ranstellen. Um 10 Meter, genau. Sonst geht der da nicht hin. Nein, geh halt jetzt da hoch, komm. Was macht ihr denn jetzt? Hoch jetzt hier, komm. Jetzt hoch. Runtergehen hier. Nein. Oh, das nervt mich echt. Eieieiei, jetzt schau mal erst mal hier hinter. Nee, jetzt geht's hier vielleicht erst mal weiter. Greifen, wo soll ich denn hingreifen? Der Riko. Der Riko. Der Riko. Hier geht's. Warte mal. Ah. So, jetzt schauen wir mal. Vielleicht geht's ja mit dem Fressi, Fressi. Vielleicht hat er bloß Hunger, der Gute. Ich muss hier Schwerstarbeiter legen für den. Gibt's ja nicht. So, jetzt kommen. Stelle ich mal hier rüber. Vielleicht geht's dann besser. Echt cool. Man sieht am Schwanz sogar noch das bisschen Blut da, wo es eingeklemmt war vom Tor. Ja, der Riko. Nee. Gehen wir da hier rüber. Ja, die Riko. Ja, die Riko. Nee, mach dir den. Guck mal hier rüber. Guck mal hier. Ja, die Riko. Jetzt geh endlich da oben ran, Mensch. Ah, da geht's auch noch hoch. Okay. Ja, die Riko. Mann, was soll ich denn da oben? Ich komme mir da nie hoch. Was ist hier los? What the fuck? Ich kann hier durch. Okay. Ich komme vielleicht anders da hoch. Okay. Dann soll es vielleicht doch nicht so sein, dass der mich da hochbringt. Nee, da muss ja auch was mit drauf kommen. Das ist wieder komplett Zufall gewesen. Oh, da sind wieder irgendwelche Soldaten. Nee, ich habe mir verschaut. Ah. Wie kommt denn der, wie kommt der hier durch? Das kann, kann ja nicht wahr sein. Wo ist denn der durchgekommen? Ist der durch das Tor durchgeglitscht, oder was? Nein, das kann ja, also das. Das würde ich mir mal interessieren, wie der hier durchgekommen ist. Womit wir die Dinge jetzt hinhauen, macht er das gleich kaputt. Ah, okay. Den fress mal, komm. Vier Stück kannst du jetzt fressen. Alter, ich will jetzt sehen, wo der rein, wo der langgegangen ist. Das kann ja gar nicht wahr sein. Jetzt fressen sie und dann gehe ich noch einmal zurück, weil ich will jetzt sehen, wo der langgegangen ist. Das Tier fand keinen Weg vorwärts. Ja, okay. So, jetzt gehe ich hierhin und ich will jetzt sehen, wo der langgegangen ist. Das gibt's gar nicht. So, ich gehe jetzt hier durch. So, wie kommt der jetzt hier durch? Jetzt erzähl mir das, komm. Genau, aber du kommst hier nicht mehr durch. Wo ist denn der langgegangen? Okay, jetzt gehen wir weiter vor. Vielleicht geht dann automatisch woanders lang. Ich weiß nicht, was das für ein Bug jetzt gerade war. Hier geht's auf jeden Fall nicht durch. Dann gehen wir mal zurück. Wir müssen jetzt wahrscheinlich eh hier hinten weiter. Nein. So, gehen wir hier weiter. Ich denke mal, dass ich hier hoch muss. Ich nehme einen Pfeiler hier hoch. Weil hier ist ja nichts mehr. Okay, ich denke, ich muss da hoch irgendwie. Der Rico. Der Rico! Der Rico! Der Rico! Okay. Was? Halte R1 und bewege den Jungen, um dem Tier Befehle zu erhalten. R1. R1. Okay, muss ich eigentlich hier rüber kommen. Und dann hier rüber. Ach, geh! Okay. Dann können wir gleich da hoch, hochlotsen, ne? Hier hoch will ich. Jetzt kann man doch. Ah, es geht doch. Es geht doch. Ha! Ah, Tann! Innoi Ali Kedinisi. Udu Ig Onizi. Otricono. Akunetan Nachi. Atimetisi. Atisakastu. Akunilnezi. Akarunetu. Intricono. Agodan. Apmachi. Yeirozi. Avisi. Wir sind die Güter! So, vielleicht bin ich jetzt auch am Schalter irgendwo. Jib, 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 jib. Da haben wir noch ein Fass. Da probieren wir jetzt gleich mal hoch zu kommen. Vielleicht geht es jetzt mit den Befehlen sogar. Na komm. So, jetzt probieren wir es mal. Weil da oben ist noch Fresschen. Ja, ich weiß, du riechst es schon. Jetzt kann man hier hochkommen. Was macht ihr denn? Da kommen wir noch nicht hochkommen, bitch. Oh. Da kommen wir noch. Da kommt die Flasche. Das sind die Flasche. Da kommt die Flasche. Durest du die Flasche. Da kommt die Flasche. Da kommt die Flasche. Oh, ich bin ein bisschen verletzt jetzt. Okay, geh wieder. Mei, da ist eine Leiter. Mann, 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 Mann. Okay, die habe ich jetzt nicht gesehen. Sorry dafür. Tyrico. Mann, bleib bloß hier stehen, ey. Okay, hier ist eine Lady. Die habe ich leider nicht gesehen gehabt. Schauen wir, ob hier drüben noch was ist. Okay, hier geht es schon runter. Schreibe ich auf jeden Fall später nochmal rein. Hä? Hä? Hier war doch ein... War ja nicht ein Schalter? Oh ne, hier war kein Schalter, oder? Habe ich mich da ein bisschen verschaut. Okay. Mei, du bist kein Wehrwolf, also schreibe ich nicht so. Ist auch nichts mehr? Nö. Okay, ich habe mich echt verschaut gehabt. Gehen wir hier entlang. Hier kann man von der anderen Seite irgendwie ran. Aufpassen. Halleluja. Boah, Alter. Ich springe jetzt einfach mal hier ran. Ah. Oder? Ah, da kann ich rein, oder? Das muss ich erstmal sehen. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier runterfalle. Hier geht's auch schon ganz tief runter. Die Kamera ist echt blöd gemacht ab und zu. Okay, erstmal gucke. Wo man hier weiter kann. Oh Gott. Ich werde sterben. Okay, geh mal hier runter. Jetzt geh mal ein bisschen da in der Mitte rauf, dass ich hier ein bisschen Überblick kriege. Okay, da ist ein Tor. Da ist ein Schalde. Was sind das für Dinger da? Die Drehdinger da unten. Sieht aus, als wenn die mich nicht sehen dürften. Und ich habe auch keinen Plan, ob ich mich einfach da runterfallen lassen kann. Boah. Ich werde aber lieber mal auf den anderen Steg gehen, da bin ich nämlich näher dran. Nicht, dass die irgendwelche komischen Pfeile auf mich schießen. Okay, warte mal weiter rüber. So, jetzt. Ich glaube, ich gehe aber gleich hier weiter rüber, weil... Dann warte ich, bis das eine kurz vorbei ist und dann mache ich den Schalter auf. Wenn das denn funktioniert. Wahrscheinlich wird das schon wieder zu einfach sein, dass ich wahrscheinlich sterben werde. Gut, okay. Okay, lassen wir einfach mal los und hoffen, dass wir nicht sterben. Bin ich verletzt auch noch, oder? Okay, mach mal anders. Geht's dir einfach dem hinterher. Okay, weil es uns, glaube ich, zu lange dauert, bis ich wieder fit gewesen wäre, mich das Ding nicht angeleuchtet hätte. Schnell mal am Fuß gebrochen? Egal. Okay. Mach doch, dass du reinkommst jetzt. Okay, ich gehe jetzt die Kette da, oder was? Das Tor ist immer noch offen. Hmm. Okay. Aroch, Aroch, Aroch! Akeia, with a rock. Without a freeze. With a rock, Aroch, without a freezing. Aroch, 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 Aroch Ohne dich kann ich es nicht machen. Ohne dich kann ich es nicht machen. Und komm. Okay Leute ich würde sagen das hackelt jetzt schon wieder mal ein bisschen. Obwohl ich komme hier hier könnte ich da hoch. Ja ich würde sagen schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Da sind jetzt doch schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat würde ich natürlich über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge wieder auf eurem Kanal Dude Gaming. Viel Spaß bis dahin. Ciao euer Andi.